...& Herzlich Willkommen zu einem neuen Video... ...heute zeige ich Euch ein einfaches Rezept für gefüllte Ofentomaten mit Couscous & Feta Käse... ...dafür bereiten wir als erstes die Tomaten vor... ...ich habe hier 6 große Fleischtomaten... ...200 bis 250 Gramm pro Stück... ...als erstes den Deckel abschneiden... ...die Tomaten dann mit einem Löffel aushöhlen... ...und das Fruchtfleisch sowie den Tomatensaft dabei auffangen... ...wenn das erledigt ist das Tomatenfruchtfleisch noch einmal grob durchhacken... ...dabei den Strunk vorher herausschneiden... ...& die gehackten Tomaten anschließend zurück zum Tomatensaft in die Schüssel geben... ...& kurz zur Seite stellen... ...weiter geht's mit einer großen Zwiebel... ...die Zwiebel abziehen & fein hacken... ...außerdem habe ich hier noch 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen & fein hacken... ...& danach eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen... ...jetzt als erstes Zwiebeln & Knoblauch in die Pfanne geben... ...bei mittlerer Hitze & gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen... ...& wenn das erledigt ist kommen 300 Gramm Couscous in die Pfanne... ...außerdem die gehackten Tomaten samt Tomatensaft sowie 200 Milliliter Gemüsefond dazugießen... ...alles einmal gut umrühren damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können... ...dann kommen die Gewürze dazu... ...eine sehr gute Prise Salz, je 1 Teelöffel Süßes sowie scharfes Paprikapulver... ...& zum Schluss noch 2 Teelöffel Currypulver... ...die Gewürze kurz unterrühren & sobald der Couscous die Flüssigkeit komplett aufgesogen hat... ...könnt ihr die Hitze komplett ausschalten... ...danach kommen noch die restlichen Zutaten dazu... ...1 bis 2 Hände voll Rosinen, eine gute Hand voll geröstete Cashewkerne... ...grob gehackt & dann noch 150 Gramm Feta Käse... ...einfach dazubröseln... ...alles ein letztes Mal gut umrühren... ...eventuell nochmal mit Salz & Pfeffer abschmecken... ...& danach die Tomaten mit dem Couscous Mix füllen... ...einfach 2 bis 3 Esslöffel der Couscous Füllung in die Tomaten geben... ...bis alle Tomaten komplett gefüllt sind... ...den restlichen bzw. übrig gebliebenen Couscous in eine große Auflaufform geben... ...gleichmäßig darin verteilen... ...weitere 200 Milliliter Gemüsefond dazugießen... ...anschließend die gefüllten Tomaten nebeneinander in die Auflaufform setzen... ...den Tomatendeckel obendrauf geben... ...und so geht die Auflaufform dann in den vorgeheizten Backofen... ...bei 180 Grad Umluft bzw. 200 Grad Ober- und Unterhitze... ...für etwa 20 bis 25 Minuten... ...die fertigen Couscous Tomaten danach aus dem Ofen holen... ...so sehen die gefüllten Tomaten dann aus... ...anschließend können wir servieren... ...dafür etwas von dem Couscous Mix auf einen Teller geben... ...eine gefüllte Tomate darauf anrichten... ...noch etwas gehackte Petersilie für die Garnitur... ...und zum Servieren etwas saure Sahne oder Joghurt daneben anrichten... ...danach wünsche ich Euch einen guten Appetit... ...ich hoffe Euch hat das Video gefallen... ...viel Spaß beim Nachkochen... ...bis zum nächsten mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! ...